Und? Nein, das steht verschwindet. Oh, der Puppe hat sie jammt mich. Mit dieser Dinger sind wir bereits so 50 Kilometer. Windblas. Ich bin dran, mach gute Aufnahmen. Das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Du hast dir was ganz tolles Zelt. Juhu. 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 Es gibt auch einen Feuerball für einen KD-Pro. Damit er immer graben bleibt. Den kannst du auch ansteuern. Mit dem Kapel und Buhren. Wollen wir uns abstellen bitte? Ah, ich habe nachher reichen, sorry. Ja, wirklich.